Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video von Linux, Windows und Mac-Hilfe. Ja, wie einige von euch wissen, bin ich ja eigentlich, und das kann man dazu, dass es eigentlich nicht auf der Gamescom kommt, weil ich ja gesagt habe, ja, es ist ein bisschen schwierig, den finanziellen und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt doch eine Lösung gefunden, die für mich und auch für meinen Geldbeutel passt. Ich will jetzt auch nicht wirklich lange mal heißen, weil ich herumrede. Ich habe hier, kann man das sehen? Kann man das sehen? Ja, ich denke mal schön, dass ihr das sehen könnt. Und zwar habe ich mein Gamescom-Ticket, genau, für Samstag. Und das heißt also, ich werde am Samstag auf der Gamescom sein. Ich hätte es selber nicht gedacht, also da bin ich wirklich auch wirklich sehr, sehr froh, dass mein Kollege ein Auto hat und dass er mich auch hinfährt, weil mit Flugzeugen oder so, mit dem Pferd muss ich jetzt noch alles machen, weiß nicht. Deswegen bin ich froh, dass das Ganze so gut geklappt hat. Und ja, am Samstag, ich weiß nicht, um wieviel ich auf der Gamescom bin, ob der Möster auf der Messe sein werde. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auf der Gamescom seid. Würde mich mal sehr, sehr interessieren. Und vielleicht können wir jetzt ein oder andere Treffen da machen mit ein paar Leuten. Also, ich bin gespannt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video, wie live von der Gamescom. Und ja, bis dann. Ciao.